Es gibt zurzeit etwa 7 Milliarden 123 Millionen Menschen auf dieser Welt. Und die soll zum Fest ein einziger Mann ganz alleine beschenken? Wir helfen mit der 94.3 RS2 Weihnachtswunsch. Sie schenken, wir zahlen. Wer verdient dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum am meisten ein Geschenk? Ihr Partner, die Kids, die Großeltern, Kollegen oder Freunde? Schreiben Sie uns auf rs2.de, was Sie verschenken wollen. Montag bis Freitag sehen wir täglich um 7, 8 und 16 Uhr ein Geschenk und zahlen es. Frohe Weihnachten wünscht der offizielle Unterstützer des Weihnachtsmannes. 94.3 RS2, der Supermix.